Startups sind eine ganz wichtige Zielgruppe für die IGE. Hier haben wir eine wunderbare Plattform, um mit Startups direkt in Kontakt zu kommen. Genau diese Zielgruppen sensibilisieren bezüglich diesen Fragen. Der Austausch mit dem IGE war für mich besonders wertvoll, weil wir gerade die Schutzstrategie für unsere Marke im Startup aufbauen. Und so konnte ich noch mehr Wissen für uns gewinnen. Der CSCM hat uns in Kontakt mit der IPI und das ist sehr klein geworden. Meine Gespräche mit Matthias auf der IPI hat sehr gut gemacht. Wir haben eine große Herausforderung mit der IGE gemacht. Sie haben eine große Expertise, eine sehr gute Anwendung zu arbeiten und eine große Basis. IP ist alles in einer Startup. Am Ende des Tages ist alles, was wir gegen die Werte haben, ist IPI. Wenn Sie nicht eine massgeschneiderte Markenstrategie haben, wo Sie die Marken überwachen, durchsetzen und lizenzieren, dann geht das nicht mehr. Ich fand es sehr spannend, sehr praxisnah, dass er da war mit seinen Werbeartikeln. Es zeigt auf, wie wichtig das Markenrecht ist und der Markenschutz. Ich denke, Markenschutz ist sicher wichtig für das Startup-Unternehmen. Ich vergleiche es ein bisschen mehr mit einer Lebensversicherung. Ich weiß nicht, ob man sie braucht, aber wenn man sie braucht, dann hat man sie. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.